Hallo und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde zu Dwarf Fortwells. Dem Vorleskreis, na so schlimm ist es zum Glück noch nicht. Aber ja, wir haben noch viel zu tun. Und ich habe keine Ahnung, wie weit wir mit diesem vorkommen werden. Wenn überhaupt. Gut, also ja, ich werde das vor so lange spielen, bis entweder eine Invasion uns aushungen hat oder die Zwerge alle so pisst sind, dass sie sich gegenseitig umbringen. Das ist der Plan jedenfalls. Die sind alle beim Duel. Man sieht sogar ganz schick die Soldaten. Da ist ein Swords Dwarf. Er hier, den können wir mal auch zum Soldier umbinden. So, mal kurz gucken. Wir können ja hier... Genau, Individual Combat Drill mal angucken. Und ihn hier noch umbinden. Erstmal gucken wir mal kurz in unsere Squads rein. Es fehlen noch zwei Ledersäcke. Werden die noch hergestellt? Ne, es werden Rockboats hergestellt. Ja. Wie sieht es bei euch aus? Die Munition ist so lala. Ausrüstung? Oh, ist auch so lala. Okay. Kann ich das Fenster größer machen, um zu sehen, wer da alles drin ist? Können wir einfach mal nach Pro-Fashion sortieren. Er hier muss noch umbenannt werden. Und dann haben wir noch die Militia Commander. Da unten irgendwo gehabt. Genau. Der ist jetzt x-o-l-i-i-i da. So. Gut. Das wäre das erst mal. Also ja, bei unserem nächsten Vorwerden wir einige Sachen dann wieder anders machen. Und da, da brauche ich nicht so viele Container eigentlich. Oh, und unser Blacksmith mit dem Tantrum, also nicht mit dem Tantrum, mit, ähm, mit dem Strange Mood ist jetzt auch wieder melancholisch geworden, weil wir einfach keinen Amboss haben. Okay. Dann. Na wie viele Chulk Blocks haben wir mittlerweile wieder? 226, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Gucken wir doch einfach mal. Chulk Blocks 40, ok. Ja, danke. Jetzt lasse ich mal den Furnace Operator ein bisschen Charcoal herstellen. Noch scheinen wir in der Küche genug Zeug zum Brauen zu haben. Ja, ich habe ja... Wir haben zwar ziemlich viele Plump Helmets eigentlich, warum auch immer die nicht verbraut werden effektiv. Und ja, Plump Helmets Spawn könnte auch mal wieder eingepflanzt werden. Der wird nicht verkocht. Aber wird hier alles verkocht, gut. Ich weiß auch zum Beispiel nicht, warum sie hier... Schalt mal die Bags aus. Vielleicht kommt dann der Plump Helmets Back dahin, wo er hingehört. Ja. Die Masterpiece wurde gekocht. Noch ein Masterpiece. Auch jemand ist ein Speerzwerg geworden. Ich mach mal nochmal Rock Blocks. Äh, nochmal 20 Stück. So. Dann gucken wir nochmal nach... Nicht Bags... Backpack. Haben wir 20 Stück. Wenn ich aber ins Equipment gucke, fehlen uns zwei. Also komplett. Die sind nicht vorhanden und nur nicht angezogen. Also so wie die gelben Sachen hier. Sondern die fehlen einfach. Also... Leather Backpack. Zwei Stück. Wooden Bolts. Mach mal ruhig 20. Wobei, wir haben so viele Knochen. Da rumliegen. Da rumliegen. Mach mal ruhig Knochenbolzen. Da rumliegen. Ich könnte aus Limestorm Blocks. Aber ich will Chalk Blocks. Ich könnte aus Limestorm Blocks. Ich bin froh, dass unser Trinken gerade so in die Höhe schießt. Ich habe gerade keinen Furnace Operator, hm? Gibt es sowieso noch so viele Leute, die nichts machen. Oh ja, du da. Äh... Genau. Dich. Machen wir noch zum Engineer. Da haben wir wenigstens zwei von denen. Mhm. Haben wir nur irgendeine unserer Work Orders Furnace Operator drin? Der müsste ja auch bei Metal Smithing sein, genau. Metal ist Furnace Operation. Weapon und Armor ist nichts davon. Du bist nur Jewelry, du bist nur Cloth, Ruhr, Agri-Gal-Culture. Okay. Dann gucken wir mal kurz. Labor, ähm, Metal. Das sind die beiden auf jeden Fall. Ah, der Furnace hat noch gar kein Metal. Und den beiden geben wir das auch mal. Dann machen wir die beiden, also den Blacksmith, eher. So. Und dich machen wir noch zum Stone, also dem Fisch die Sekretor. Dann kriegt er auch noch den Engraver, so. Ich find's blöd, dass ich die Leute nicht direkt umbenennen kann. Aber ich seh wenigstens hier, welche Jobs sie haben. Also, du da. Äh, das wollte ich nicht. Stone. Gut. Und dann hab ich ja Leuten, die genau das hier gegeben. Äh, dup. Metal. Und... Also, du bist Metal und du bist dann auch... Metal erstmal, so. Da sind welche beim Sparen. Okay. Backpacks sind fertig. Wir haben kein Meat und kein Fisch mehr. Okay, das ist nicht so schlimm. Es fehlen immer noch zwei Backpacks. Dafür scheint es jetzt Munition zu geben. Werden die nicht hier? Oder hier drüben? Gelagert? Gucken wir mal. Na doch, Backpacks werden hier gelagert. Wir haben Quivers. Wir haben Quivers. Wir haben ein paar Hempssachen. Und ja, Backpacks sind hier. Okay, wir haben scheinbar jetzt keine Plans mehr. Gucken wir mal kurz. Hier sind sehr viele Plans noch. Ah, Brut, Drink vom Food. Können wir auch mal machen. So. Wahrscheinlich haben wir auch noch Früchte. Gut. Haben wir endlich mal genug Schalkblocks um hier... Nein, immer noch nicht. Also ja, wir könnten das ein bisschen... äh... Ein bisschen eingrenzen. Limestone. Also Schalk. Ah, da Limestone. Für McChalk, wo brauchen wir was? Für McChalk, wo brauchen wir was? Habe ich irgendwas übersehen? Ja, McChalk und Ashes vom Wood. Und du hast ja eigentlich... Furnace Operating drin, ja. Und ich habe jetzt auch... Leute, die das haben. Ah. 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 Ah.